moin leute und herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial in eep ja heute geht es mal um die abstellmöglichkeiten von zügen beziehungsweise von zugverbänden welche möglichkeit gibt es da beziehungsweise welche möglichkeit kann man einsetzen für leute die noch mit eep 6 arbeiten die haben natürlich den schattenbahnhof bereich immer mal eben unter blöcke da habe ich den fünfgleisigen und zwar den eckigen so wurde er also zum beispiel in eep 6 aufgrund von platzverhältnissen einmal mit der kamera dahin so wegen platzverhältnissen wurde ebenso aufgebaut quadratisch praktisch gut ja die züge die herum eckig umfahren sie zwar nicht schön aus aber man brauchte den platz weil die möglichkeit nach größeren schattenbahnhöfen war begrenzt mit den neueren versionen gab es dann aber auch schon wiederum da gehen wir noch mal rein dann die sogenannten eleganteren schattenbahnhöfe die dann auch ein bisschen länger waren hier rein und dann noch mal in 2d seht ihr schon das ist also mal so ein modernerer beziehungsweise realistischer schattenbahnhof natürlich der enge bogen ist natürlich nicht so realistisch aber ansonsten der aufbau schon mit der version eep 13 also für alle die ab 13 höher sind wurde automatisch dazu gehen wir jetzt mal hier rein so wurde automatisch ein schattenbahnhof mitgeliefert und zwar nicht unter dem namen schattenbahnhof sondern ein zugdepot aber nichts anderes als ein schattenbahnhof auch gehen wir mal in die 2d ansicht wo finde ich natürlich das zugdepot das zugdepot finde ich also hier unter dem button signal system dann habe ich also unter kontaktpunkte gibt es zwei kontaktpunkte und zwar das erste ist einmal ein fahrt zugdepot und einmal das andere ist die ausfahrt aus dem zugdepot nehmen wir mal dazu erst das ausfahrt zugdepot das ist ein kontaktpunkt den setze ich mir also jetzt hier irgendwo am ende meines gleises sei es am anlagenrand sei es unterm berg oder wo auch immer setze ich mir diesen kontaktpunkt hin kamera stört jetzt 1 2d so immer besser ihr seht also das zugdepot oder der kontaktpunkt zu dem zugdepot besteht aus zwei übereinander liegende dreiecke die dreiecke signalisieren in welcher fahrtrichtung die züge ausfahren in 3d kann man das ganz gut erkennen da habe ich also hier die lok die lok die vor einem signal steht und zeigt mir in dieser richtung fahre ich also raus sollte die anlage natürlich andersrum sein dann könnt ihr natürlich das ganze wie jedes mal andere modelle auch könnt ihr die einfach wenn ihr drauf geht kommt ja gesagt runde kreis mit den zwei pfeilen einmal darauf klicken dann habt ihr natürlich das ganze umgeändert in der fahrtrichtung gesehen im moment sei jetzt mal die gleise liegen also richtig das heißt also ich habe hier das anfangs gleis da habe ich das anfang und da ist das ende und bei dem anderen genauso der anfang da ende deswegen auch passend direkt der kontaktpunkt so haben wir schon entschuldigung gut so passend natürlich zu diesem depot ausfahrt brauchen natürlich noch ein kontaktpunkt der mehr sagt fahre ins depot ein und zwar brauchen wir hier des kontaktpunkt einfach zug depot den setzen wir uns mal hierhin auch den kann man drehen so nicht so der besteht also aus einem quadrat und mit einem draufliegenden dreieck und das dreieck zeigt mir auch wiederum die fahrtrichtung wie die züge dort einfahren das ausfahr oder beziehungsweise ausfahr kontaktpunkt der liegt ja meistens irgendwo am anderen anlagen rand oder beziehungsweise unterm berg das einfach halt so dass einfach kontaktpunkt kann irgendwo auf der anlage wo auch immer gesetzt werden in diesem fall so mache ich es meistens setze genau gegenüber weil der zug der hier raus fährt er kommt dann irgendwann hier wieder zurück und soll ja endlich zum buch wieder reinfahren ich kannte könnte aber natürlich genauso irgendwo wenn der zug hier raus fährt einmal über die komplette anlage soll er hier ins depot also in diesem wieder rein fahren und erfährt also hier immer wiederum die schleife so schauen wir uns mal die zwei kontaktpunkte an das heißt also ich habe also jetzt hier stopp ich muss eben noch ein anderes so ein signal setzen warum kommen wir gleich drauf den schieben wir uns mal ein bisschen so rüber fangen wir mal mit dem einfach kontaktpunkt an wenn ihr damit der rechten maus das einmal klick drauf macht dann öffnet sich das ereignisfenster und ihr seht also es ist genau wie bei allen anderen kontaktpunkten auch hier im oberen bereich der umrandete rahmen mit den feldern drin ist wie bei jedem anderen kontaktpunkt auch vorhanden man kann also hier unterschiedliche werte eingeben die aber nicht relevant für unser zug depot sondern relevant ist also hier unten wenn ich also hier neues zug depot da steht zurzeit die vorzug depot hier klicke ich einmal auf dieses registerfenster und ich habe also hier unten stehen zug depot 1 das suche ich mir raus das heißt also der zug der hier rein fährt soll ins depot 1 fahren ich könnte also auch jetzt hier hingehen wenn ich mehrere depots auf der anlage habe könnte ich also sehen der soll hier nicht ins depot 1 einfahren sondern der doll hier ins depot x rein fahren wie auch immer damit er aber aus dem depot abgemeldet wird das heißt also da auch nicht regel weiter registriert wird müsste er hier bei abmelden noch das häkchen reinsetzen und damit wird der zug dann von diesem depot 1 in dem fall abgemeldet ok und damit ist eigentlich schon die einrichtung für das einfach kontaktpunkt für den zug depot schon fertig ausgefüllt gehen wir jetzt mal ins eigenschafts fenster von unserem ausfahr depot da habt ihr also zum beispiel hier oben als erstes mal zug depot die nummer einstellen also heißt das ist unser erster erstes depot was wir gesetzt haben ich könnte also jetzt noch mal hier hingehen kann das ganze wieder löschen kann auch hier noch mal unter ausfahrt zack dann gehen wir hier noch mal wieder noch mal hier wieder rein da habe ich wieder die einstehen also es ist das zug depot 1 aber mein hinweis direkt da von vornherein wenn ihr die anlage einmal abgespeichert habt und ihr löscht ein depot und setzt dann wieder ein neues depot ist die zahl die ihr gelöscht habt für eep registriert das heißt also er kommt dann mit einer weiteren neuen nummer es könnte also passieren dass ihr dann irgendwo auf der anlage eine fehlende depot id habt das ist aber so in eep vorgesehen warum das so ist weiß ich nicht um vielleicht eine doppelte hinweise zu erhalten vielleicht deswegen gesperrt ist wie auch immer weiß ich nicht also wenn ihr das abgespeichert habt und ihr löscht das depot bekommt ihr eine neue nummer so dann haben wir darunter ein so genannte liste also das heißt also hier mit überschriften und einige zeilen in jeder zeile ist die ist eigentlich zu sehen wie ein gleis im schattenbahnhof also sprich in jeder zeile könnte ein zug eingestragen werden beziehungsweise abgestellt werden genau wie zum beispiel im schattenbahnhof wie viele züge jetzt da insgesamt reinpassen kann ich leider nicht sagen also ich habe auf meiner größten anlage dort 20 züge im depot drin stehen und er hat aber auch bis jetzt noch nicht gemeckert züge passen nicht mehr rein beziehungsweise das depot ist gefüllt also von daher weiß ich nicht wie viele da rein passen als überschrift als überschrift habt da oben einmal den status das heißt also ist die lok in fahrt oder beziehungsweise ist in warteposition die zweite spalte sagt mir die zeit an wann der zug ausfahren soll dann habe ich in der dritten spalte das fahrzeug selbst in der vierten die route in der fünf die richtung wie er raus fährt und in der letzten spalte er soll also nicht schneller rausfahren die geschwindigkeit die hier eingetragen ist beziehungsweise auch die geschwindigkeit mit der der zug hier ins depot einfährt wird auch hier eingetragen so dann geht es also im rechten bereich haben wir weiterhin einen sogenannten out auslass fenster da habe ich also mehrere möglichkeiten wie soll mein zug aus dem depot ausfahren als erstes mal ist immer aktiviert die zeit das heißt die zeit bezieht sich also jetzt hier auf die eingetragene zeit darunter haben wir natürlich die auto zeit wenn ich da einmal das aktiviere das dann öffnet sich hier das weiße fenster und ich kann hier eine zahl einträge eintragen und zwar ist das die zahl in sekunden wann also ein zug ausfahren soll wenn ich jetzt hier also mal 30 eingeben dann würden also alle 30 sekunden würde also hier ein zug ausfahren auch hier ein hinweis von mir von meiner seite achtet bitte darauf dass ihr nicht zu kurze abschnitte habt es kommt natürlich auf die anderen größe an wenn ihr irgendwo auf der anlage vielleicht mal stau habt das depot erkennt den stau nicht das heißt also er schickt hier weiterhin immer wieder züge raus 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 und dann wundert ihr euch irgendwann mal ist mir auch schon passiert dass dann plötzlich sechs züge hintereinander fest verkuppelt über die anlage fahren weil irgendwo entweder wurde eine fahrstraße nicht geschaltet oder es war eine ein signal was irgendwo vergessen wurde mit einzubinden dass die züge da stehen blieben warum auch immer achtet bitte darauf die zeit nicht zu kurz machen hier in diesem fall können was man machen um das gleiche zu demonstrieren ich kann aber auch hingehen und so mache ich es ist mein anlagen immer dass ich zum beispiel über ein signal das depot steuer hier habe zum beispiel deswegen hatte ich das signal gestellt zum 1 das heißt also über das signal 1 muss ich natürlich die signal id nummer eintragen soll also das depot gesteuert werden immer dann wenn das signal auf fahrt steht hp 1 dann soll ein zug herausfahren hat er hier mehrere züge hat ja eben von gesprochen dass ich 20 züge habe und die züge werden rausgeschickt immer nach der reihenfolge von oben nach unten soll das nicht der fall sein soll also das ganze querbeet passieren dann müsste er hier zum beispiel bei zufällig noch ein haken setzen und wird er jetzt ein zug der hier drin steht wird dann herausgeschickt es macht natürlich keinen sinn wenn ich nur ein zug drinstehen habe so dass erst mal zu der auslasssteuerung nehmen wir mal nehmen wir mal die 3d rein und dann gehen wir mal in die dieselloks rein ja nehmen wir mal die 260 die steht also bei uns hier auf der anlage jetzt kann ich noch mal hier rein ich kann das auch in 3d machen so jetzt gehe ich noch mal hier rein in die objekteigenschaften so und da habe ich also jetzt hier die lok die 260 habe ich hier stehen und damit öffnen sich also weiter hier auch weitere button die dann hell unterlegt werden wie zum beispiel im moment habe ich nur das button bearbeiten wenn ich da einmal darauf klicke dann wird also jetzt hier eine lok angewählt das ist das untere dreieck da noch keine andere lok auf der anlage steht wird also die automatisch angewählt sie soll also nicht schneller fahren hier kann ich also jetzt eine geschwindigkeit eingeben sagen wir mal 80 und die richtung soll sie richtung 1 oder soll sie richtung 2 fahren kann ich also hier aktivieren und wenn ich das alles so eingetragen habe was haben wir denn 15 uhr 35 gehen mal hier auf 15 16 16 dann gehen wir mal auf 50 damit die uns die gleich sofort raus wird wenn ich das alles so weit eingetragen habe dann gehe ich einfach hier hin und sage hinzufügen und ich habe diese lok hier im depot stehen unter dem status warten speichern nicht vergessen damit das ganze abspeicher und sage einmal ok meine lok ist jetzt von der anlage weg warum weil sie steht jetzt hier im depot und wartet auf die zeit 16 50 um dort herausfahren zu können wenn ich in 2d reingehe dann habe ich also hier zwei dreiecke aufeinander liegende dreiecke aber jetzt mit einem runden kreis noch versehen dieser runde kreis besagt das also das depot durch lock oder locks kommt darauf an ob eine oder mehrere belegt ist und erst wenn der kreis weg ist dann ist auch das depot leer so ist also das depot belegt so gehen wir mal was haben wir denn jetzt 16 37 16 50 hatte ich eingegeben dann müssen wir mal halt stopp dann gehen wir noch mal und extra zeiteigenschaften und geben hier mal 48 rein ok so jetzt müssen wir eben noch paar warten können aber noch mal einen schritt schneller gehen also ein schritt schneller na komm 24 langsam kommt so 15 50 kann natürlich sein dass die sekundenzahl jetzt nicht hundertprozentig auf null war na komm fahr aus kann aber auch sein dass sie glaube ich und links was mit 34 vielleicht war mal noch mal 16 16 50 ja da haben wir den fehler also sorry aber macht da nichts so auch hier wiederum gehen wir noch mal ins fenster rein gehen jetzt noch mal hier aktivieren uns die zeile gehen auf bearbeiten und jetzt können wir natürlich hier hingehen und sagen wir wollen das auf 51 schaffen das noch 51 und dann machen wir mal auf 15 so dass bin ich das bearbeiten wurde das speichern bitte nicht vergessen speichern speichern okay noch mal in haben wir jetzt gehen auf garne oder habe ich die zeit wieder nicht geändert oder habe ich die zeit wieder nicht geändert also jetzt muss ich aber doch noch mal da seht ihr also pünktlich auf die eingetragene zeit fährt also unsere lok heraus da er jetzt keine andere zeit eingetragen hat fährt er also immer wieder die gleiche richtung rein und raus so gehen wir noch mal rein in unserem kontakt punkt und gehen jetzt auf die ihr seht also jetzt hat er schon die 15 51 35 also immer weiter um die fünf sekunden geht er hier hoch aber gehen wir mal in die nächste spalte rein und sagen auto zeit hier wollen wir also mal eingeben da man eine kurze strecke haben können wir also mal alle 20 sekunden reingehen und sagen auch hier ok jetzt fährt unser zug also ein wir haben 45 gehabt das heißt also wir hätten noch ein bisschen kürzer machen können dabei egal da fährt es wieder raus und jetzt wie gesagt fährt alle 20 sekunden fährt also die lok heraus so jetzt gehen wir noch mal rein nehmen wir uns mal noch eine andere die setzen uns auch noch mal hier rein ok so objekteigenschaften hier sucht so jetzt gehen wir noch mal die zeile wieder rein bearbeiten und sagen hier wir versuchen uns die lok mal die 216 raus auch hier gute fahrgeschwindigkeit 80 können wir alles so lassen hinzufügen speichern ok so und damit fahren wir jetzt schon zwei loks im depot muss die zeit gleich man doch noch ein bisschen kürzer machen das war die erste lok jetzt müsst ihr gleich die zweite lok kommen haben wir nicht abgespeichert 2016 auch ok da ist also auch das funktioniert gott so ja wir können ja man noch eine reinsetzen noch 262 36 kann man die noch nehmen ok und dann die 212 können wir auch noch nehmen halt ok so dann gehen wir noch mal hier rein unsere objekteigenschaften so bearbeiten dann suchen wir uns mal die lok heraus hier die 212 die hinzufügen speichern speichern und dann nochmal die 236 hinzufügen speichern ok und dann haben wir hier mal alle 10 sekunden damit wir das ganze besser betrachten können da kommt die erste das ist die zweite und ihr seht es auch an dem fahrregler selbst er hat also jetzt die soll geschwindigkeit hier auf 80 festgesetzt soll die dann über die anlage mäßig soll die dann schneller fahren dann müsst ihr also weitere kontaktpunkte mit der entsprechenden geschwindigkeit eintragen gut das dazu gehen wir mal wieder rein die objekteigenschaften als nächster punkt habt ihr als auslass die signal das heißt also auf irgendein signal was wo irgendwo auf der anlage steht wird dieses depot gesteuert in diesem fall haben wir ja nur dieses eine signal hier das heißt also wir aktivieren die signal id und jetzt müsst ihr natürlich diese id eintragen wir machen wir machen wir machen einmal in die 2d rein da haben wir also zum beispiel hier das signalnummer 1 das heißt wir gehen an die signal die aktivieren und jetzt müssen wir natürlich hier die nummer von dem signal eingeben das ist in diesem fall die 1 und sage ok so und auch jetzt hier wieder betrachten das ganze mal so und jetzt könnte man natürlich warten es kommt also kein weiterer zug aus dem depot heraus es sei denn das signal wird auf grün gestellt ich habe 1 so da seht ihr schon wie gesagt es funktioniert jetzt nur über dieses signal ich persönlich selbst steuere das ganze so bis hier aufgebaut ist jetzt gehe ich natürlich noch hin und setzte mir zwei signal kontaktpunkte können wir eben mal direkt identisch machen hier setze ich also mal einen rein richtung 1 ist das und er soll also auf halt gesetzt werden und dann setze ich das gleiche noch mal ein auch auf auch auf 1 und der soll dann auf fahrt gestellt werden so jetzt brauche ich das signal nur einmal aktivieren automatisch wird das signal jetzt auf hp 0 gesetzt und schon habe ich eine gute bewegung in meiner anlage wenn ich diese steuerung einsätze so gehen wir aber mal weiter in unsere objekteigenschaften halt da machen wir eben noch mal was anderes wir sagen mal eben hier gute bearbeiten wir legen wir eben zwei guten an und einmal eine person und einmal güter ok so dann gehen wir noch mal hier wieder in unserem objektfenster gehen auf die erste lok sagen einfach mal bearbeiten unsere teilen ihm jetzt hier die route mit güter lang wieder speichern die nächste auch wieder bearbeiten auch hier noch mal wiederum güter speichern und die nächsten zwei ebenfalls bearbeiten da gehen wir einmal auf person speichern und das ganze hier unten halt bearbeiten das ganze noch mal ebenfalls speichern so ihr habt also jetzt seht ihr schon zwei züge mit güter zwei züge mit personen es soll also jetzt mal abwechselnd locks herausfahren beziehungsweise züge herausfahren dann habt ihr also die möglichkeit die ganzen züge im depot zu verschieben indem ich einfach hier ein aktiviere und sage auf die nächsten button die jetzt entsprechend frei werden einmal nach oben dann habe ich also güter personen güter person ich kann aber auch hingehen und sagen ich will erst mal ein güter haben dann zweimal person und dann wieder güter das gleiche wie ich hoch machen kann kann ich natürlich auch nach unten machen und so fahren dann meine locks und beziehungsweise meine züge aus dem depot heraus des weiteren kann ich natürlich auch hingehen wenn ich sage bearbeiten hole ich mir also den zug hier unten rein und sagen ich will den zug noch mal haben und gehe hin und sage einfach mal hinzufügen das seht ihr schon ich habe das gleich noch mal speichern und der soll wieder sagen bearbeiten da machen wir noch mal wieder ein güter raus oder beziehungsweise sagen wir mal ohne route so einmal speichern und dann habe ich keine routenänderung und sage okay jetzt habe ich einen weiteren zug da dem dem depot hinzugefügt und zwar in der route keine da haben in person das noch mal person das war die alle das war müter also ihr seht so kann man sich sein depot auch mal eben selbst einrichten ja das ist eigentlich so unter dem depot natürlich kann man auch hingehen züge keine frage die kann ich natürlich auch löschen indem ich einfach hier hingehe und sage löschen löschen so ok dann habe ich die züge aber außerhalb des depots gesetzt das heißt also ihr seht schon halt so die sind also nicht weg sondern die werden dann auf die anlage gesetzt das heißt ich muss sie einmal kurz noch mal wieder entfernen die werden also nur aus dem depot heraus gesetzt und bleiben auf der anlage ja das ist eigentlich zu diesem ganzen zug depot zu sagen ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen wieder was bei tragen zu dem ep bedanke mich für zuschauen und sage tschüss bis dahin einrich die